Das nächste Stück stammt ungefähr aus dem 18. Jahrhundert. Normalerweise haben wir es auch mit Geigen gespielt. Weil es eine schöne Melodie ist und von einem bekanntem Musiker, ein feiner Popstar. Amadeus! Wir haben dann noch ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehoben und spielen jetzt die Nummern. Ich sage sie nicht an, sie kennen sie. Nicht gerade am Anfang, aber ganz klein. Ah, ja. Ah, geile. Sollte ich alles. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020